happy birthday to you und da sind sie und ich spiele mal wieder free fire und auf sc rank it viel spaß ok gleich geht es los auch dreimal gleich ok nein ich glaube man muss zusammen bleiben ok die erste runde geht dann gegner ist kein problem weil jetzt geht es ja erst richtig los jetzt kann man sich die großen gewehre holen mr beast der ist am essen gerade ich habe nur einen schuss gemacht war es war ein kopfschuss aber er ist nicht gestorben das hat der andere erledigt gott zu dank warum habe ich denn das geholt ach mensch muss er erst aufwerten super zusammenbleiben super zusammenbleiben super zusammenbleiben super zusammenbleiben super zusammenbleiben super zusammenbleiben hier j beginnings Nice, 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 nice Nice, 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 nice Da hinter den Augen springt einer rum. Oh, nichts gemacht. Ja doch, ein bisschen schon habe ich es gemacht, aber... ...wachsam bleiben. ... ... ... Nice, nice ich habe zwar nicht viel geschafft gemacht aber wir haben gewonnen ich habe zumindest die so abgelenkt die anderen gegner das auf mich geschossen haben und die anderen die erschießen konnten das ist ja auch was gut dann werde ich jetzt mal sagen wir gehen zur zweiten runde erstmal noch okay beim cs-ranked ist wichtig dass man immer zusammenbleibt wenn du normal cs spielst ohne ranked da laufen alle durcheinander da kann es auch durcheinander laufen aber am cs-ranked sollte man zusammen bleiben ja 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 Mist! Schade, schade, schade. Hätte ja fast gepasst. Aber nur fast. Okay, jetzt... Hinter wem bin ich hinhergelaufen? Hinter den Game hier. Hinter den 2. Okay, hier geht's. Okay, hier geht's. Ah. Okay, die Runden haben wir leider auch nicht gewonnen. Heiß, heiß, heiß. Okay, dann stelle ich mich wieder am Haus und... Okay, schau den anderen zu. Okay. Wir haben wieder verloren. Okay. Alle hier hoch? Das gibt es doch nicht. Das gibt es doch nicht. Okay, die Runde ist auch vorbei. Ich bin aber Silber-Drei-Sterne geworden heute schon, sehr gut. Dann schauen wir mal, wieviel Schaden die anderen gemacht haben. Ich war bestimmt das Schlechteste. Jawohl. 200. What the fuck. Okay, gut. Dann sagen wir mal, danke für das Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn wir darüber nachdenken. Bis dann, habe ich euch viel Spaß und darauf wiedersehen. Tschüss. Das war's nicht ganz gut. Bis dann, sag governo erstens. wisst ihr. Bis dann. Bis dann. «